In den schneebedeckten Bergen westlich der Kolonie können John und Kanye West, Warwick schließlich einholen. Ihn und seine Günstlinge, der Knochengarde. In den Rocky Mountains sind wir jetzt. Weit gereist. Dort drüben! Das wird nicht leicht. Sollen wir auf Verstärkung warten? Washington hat uns Männer und Vorräte versprochen. Wir können nicht warten. Wir müssen die Vorräte von Warwick stehlen. Okay, und wie? Ich kann doch selbst anbauen. Warwick's Festung. Bringt diesen Vorratswagen zurück ins Lager. Wir brauchen die Rohstoffe, um dieses Vor anzugreifen. Warwick's Lager ist viel zu gut befestigt, um es jetzt anzugreifen. Aber wir können einige Vorratswagen stehlen, die ins Vorgebracht werden. Ja, Schweizer! Ich liebe Schweizer. Die haben so einen schönen Akzent. Mehr Siedler werden wir nicht bekommen. Für Rohstoffe müssen wir einige von Warwick's Vorratswagen stehlen. Na toll. Dann gehen wir mal los. Wird gemacht. Ja, bald. Jawohl. Verstanden? Werdet, ja. Bereit. Commandment. Lass ihn auf. Auftrag. Jawohl. Achicação. Ja, er wird. Wow, wo kommen die Konten ohne her? Tja, da habe ich nicht aufgepasst. Wir haben nur noch wenig Zeit. Bald wird Warwigs 4 zu gut befestigt sein, um es anzugreifen. Die Vorratswagen haben entweder Nahrung, Holz oder Münzen oder alle drei Rohstoffe geladen. Ja, das ist ja schön und gut, aber die kriegen auch voll die Truppen. Ah, ich aber auch. Hm, ich habe keinen Truppen mehr. Kommt, Dement. Yes, Hunter. Heil. Vorstärm. Beendet, okay. Mhm. Ja. Ein kleines Problem, denke ich, habe ich schon. Na wobei, ich muss nur das fortzerstören, oder? Sollte ich hinbekommen. Sollte ich hinbekommen. Kommt, yes. Bereit. Wir haben einen weiteren Vorratswagen erobert. Holz. Und da kriege ich also Holz. Wenn ich hier... Achso, die Außenposten. Was ist da? Zuerst du sämtliche Außenposten? Hier eine Burg vielleicht hinmachen? Was ist eigentlich mit dem Vorratswagen passiert? Apropos Vorratswagen. Ich habe ja voll die Vorräte. Ist ja nicht so, als würde es mir schlecht gehen im Moment gerade. Unter. Ja, dort oben gibt es Nahrung. Hm, Nahrung. Anscheinend kommt es dann random. Gut zu wissen. Ja. Bereit. Ja, ja. Ich will. Una hota. Okay. Du bist entdeckt. Okay. Bleib hier, du blöder Wagen. Bereit. Recht. Ach nee, das Holz liegt da. Beend. Ich will. Das ist wenigstens ordentlich was. Naja, naja. Kommandament, ich meine so. Besser als nix. Una hota. Das ist so krank. Das ist so krank. Wir müssen Mörser oder andere Artillerie bauen, um Borbex vorzuverlässchen. Ja, ich weiß. Ich bin dabei. Tja, schade. Kampf vorbei. Und hier die Festung, mehr als hier ein bisschen Spaß. Ein paar Truppen killen, tut sich ja auch nicht. Aber naja. Vielleicht sollte ich mich mit denen direkt in den Weg stellen. Was kostet denn hauptsächlich Nahrung? Davon. Musketiere. Wenn wir dieses Fuhr nicht bald niederreißen, wird es zu gut befestigt sein, um es zu zerstören. Das ist das Schick, das kriegen wir schon hin. Erstmal hier sowas zerstören. Beim Comanzen-Dorf. Hmm, Mörserfern, vielleicht keine dumme Idee. Andererseits? Haha, nein, Quatsch. Natürlich, das ist eine dumme Idee. Das bedeutet einen Vorratswagen weniger für Warbex. Und ein... Der Diebstahl meiner Vorratswagen beginnt langsam lästig zu werden. Ach, ist es denn so? Oh, das tut mir beleid. Ready, Wall. Richt. Ja, dann haben die kein Goal. Bring die gestohlenen Vorratswagen in unser Dorfzentrum, damit wir die Rohstoffe nutzen können. Gegner? Das sind direkt Gegner. So, ich brauche weiterhin solche. Oh ja, hier ist Ruhe. Hier kommt sie nicht so leicht durch. Ohne ihre Vorräte bei mir zu lassen. Gold ist trotzdem. Mangelware. Ja? Hörst du das? Ich bin bereit. Ich werde es machen. Was ist denn das? Warum kommen die dauernd mit ihren Siedlern hier an? Grenadierer. Hier ist alles sicher, da kommt keiner mehr durch. Aber dort oben, das macht mir ein bisschen zu sagen. Okay, außerdem lösen wir langsam mal. Zehn Minuten noch. Okay. Mörser brauche ich. Das brauche ich. Das brauche ich. Truppen, Truppen und noch mehr Truppen. Truppen, Truppen. Kommandament! Kümmert euch mal bitte um die, die machen mich nervös, wie die da hinten rumstehen. schon besser. Ich brauche mal ein paar Röser wieder, hm? Urricht. 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 Ein weiterer Vorratswagen gehört jetzt uns. Wo? Schön. Kommandament. Yes. Gefällt mir. Der Mörser... Achso. Wo kommt der Bär her? Achso, der kommt von dort oben. WTF. WTF. Schöne Truppe bisher. Hm, Söldner. Hm, nein. Ja! Kommandament! Ja! Na, danke. Kommandament! WTF. 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 Reichweite und dann mehr Leben. Oh, da haben wir wieder einen Wagen. Kann ich die noch holen? Dann, 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 dann. Hier ist nichts mehr zu holen. Kann ich so langsam, aber sicher. Ja. Das ist doch repariert. Ach, das ist repariert. Es ist nicht repariert, es repariert noch. Ich glaube, ich werde hier durchbrechen. Vielen Dank. Meine Zeit läuft aus, aber ja. Ich bin ja schon auf dem Weg. Schneller. Jawohl. Wie viel hier, äh, wie viel hier Schätze sind. Verstanden. Warum geht das so langsam? Ihr seid doch alle auf Schnelligkeit getrimmt. In den Kampf. Bereit. US! Komm, komm, komm. Ja, ich meine so. Lass uns. Kannst du nicht einfach zurückbleiben. Ich hab doch den angedrückt. Zerstört, Warwick's Form. Erstmal müssen wir hier den Zugang aufmachen. Und was genau muss ich zerstören? Dorfzentrum. Gut. Wird erledigt. Avance. Uns bleiben nur noch fünf Minuten, um Warwick's Form zu zerstören. Kein Problem. Ja. Tja, da geht das Dorfzentrum unter. Seine Vorräte gehören mir. Was hat er eigentlich gebracht, dass ich das da zerstört habe? Man weiß es nicht. Das ist unmöglich. Meine Festung bricht zusammen. Gute Arbeit, Männer. Oh ja. Wir haben Warwick's Form rechtzeitig zerstört. Das heißt, ist er jetzt auch kein Epilog? Seine Festung ist zerstört. Was würde er noch großartig machen? Ich liebe mehr Kanonen. Ich liebe mehr Kanonen. John und Kay erfahren, warum Warwick so weit Richtung Westen vorgedrungen ist. Können sie die Pläne des Zirkels durchkreuzen oder ist es bereits spät? Die Russen kommen. Diese Soldaten. Das sind Russen. Noch ein Stamm von jenseits des Wassers? Ja, aber ein anderes Wasser. Der Pazifische Ozean. Sie gehen Richtung Osten. Warwick hat den Weg markiert. Der Pass ist frei. Nichts kann sie aufhalten. Da Franzosen und Briten gegeneinander kämpfen, kann niemand die Kolonien gegen diese Armee verteidigen. Außer uns. Kannst du sie allein aufhalten? Nicht lange. Was hast du vor? Ich werde den Berg zum Einsturz bringen. Okay. Den Berg zum Einsturz bringen werden wir bei uns erst beim nächsten Mal anschauen. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Schmutz. Tschüss.